Was haben wir denn hier, Leute? Thiago Silva, Brasil is added to come via Flashback-SBC. Stats are predicted. Make sure to follow, okay. Boah, das Design sieht ja ultra geil aus, wenn das so aussehen wird. Junge, Thiago Silva, so eine Legende. Wie lange spielt der denn schon? Das ist unglaublich. Unglaublich. Früher, wisst ihr noch, dieser Perfect Link, David Luiz, Thiago Silva bei Paris und so. Das waren Zeiten. Thiago Silva auch so ein geisteskranker Verteidiger gewesen. Die Flashback-Karte wird bestimmt heftig werden. Diese Toti-Karte von dem damals und so. Unglaublich. Geil. Also auf die freue ich mich. Die werde ich auch safe machen, denke ich. Da kann man ein cooles Video auch zu machen. Safe.